Long Story Short, der Buch-Podcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Möwen, Meere, Sonne, Urlaubszeit, Lesezeit, Long Story Short Zeit. Es ist einfach wunderbar. Und was euch jetzt gleich erwartet in dieser Folge, das ist so eine literarische Mischung aus Peter Fox, Haus am See und Fanta 4, Tag am Meer. Falls ihr so alt seid und diese Songs noch kennt. Carla, du kannst damit schon was... Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, du kannst schon was damit verbinden. Ja, natürlich, das war ja genau meine Zeit. Herzlich willkommen auch von mir. Wir hatten ja in der letzten Folge auch schon zwei Küstenbücher. Und da merkt man, also für uns wird es jetzt wieder Zeit. Ihr findet uns jetzt und wir euch vielleicht auch die meiste Zeit am Wasser. Und dementsprechend haben wir jetzt für unsere, sorry to say, letzte Folge vor der Sommerpause. Natürlich wieder Bücher rausgesucht, die ja vielleicht irgendwie mit Wasser, mit Meer zu tun haben, die leichter zu lesen sind. Oder wo wir uns vorstellen, dass sie für euch vielleicht die richtige Lektüre sind, wenn ihr euch gerade am Strand befindet oder auf Balkonien oder gerade im Auto sitzt, schon in Richtung Urlaub und noch ein gutes Hörbuch sucht. Da haben wir das so ein bisschen rausgesucht und wie immer natürlich herausragende Literatur mitgebracht. So, dann würde ich sagen, Sonnencreme drauf, kurze Hose, T-Shirt, los geht's. Alles klar, habe ich da, bin vorbereitet und lege los 60 Sekunden Long Story Short für Sommerhaus am See von David James Poisson, erschienen bei BTB, übersetzt von Sibylle Schmidt. Eigentlich soll es eine unbeschwerte, entspannte Zeit werden. Wie immer, wenn sich die komplette Familie Starling zum Sommerurlaub in einem Häuschen am See in North Carolina trifft. Da sind zunächst mal die Eltern. Lisa und Richard, beide kurz vor ihrer Pensionierung als UniversitätsprofessorInnen. Der ältere Sohn Michael mit seiner Frau Diane und der jüngere Thad mit seinem Partner Jake. Doch von Harmonie und Idylle keine Spur, wie sich schnell herausstellt. Denn die Eltern wollen das Sommerhäuschen gegen den Willen ihrer Söhne verkaufen. Hinzu kommt, dass die drei Paare mit Beziehungsproblemen kämpfen und dann auch noch ein fremder Junge in dem See ertrinkt, obwohl Michael ihn retten wollte. David James Poisson beobachtet und begleitet seine Figuren aus wechselnden Perspektiven. Er erzählt gekonnt und mit zunehmender Spannung von den Verwerfungen innerhalb einer Familie. Von seelischen Verwundungen, sorgsam gehüteten Geheimnissen, von Untreue, Lügen, Drogen, Rivalität und Eifersucht. Aber auch von der Kraft der Versöhnung. Ein sommerliches Familiendrama, das noch lange im Gedächtnis bleibt. Dein Sommerhaus am See ist also gar nicht das helle, schöne, sonnige, wie Peter Fox uns das verspricht. Nee, eher nicht. Wobei, es ist es ja schon, aber drumherum passieren dann eben Dinge und je näher wir als Lesende reinblicken, merken wir, es ist eben nicht nur die Sonne. Aber es ist schon auch, das Cover spiegelt ja auch so ein bisschen so diesen blauen Himmel und bunte Farben. Also es ist beides und das mag ich dran eigentlich auch. Und das ist ja die Lieblingsfrage, die AutorInnen immer gar nicht so gerne hören. Finde ich ja bei sowas ganz spannend, wenn es gerade so, ja vielleicht auch Familienzwistigkeiten betrifft, schreibt der Autor hier vielleicht biografisch. Ja, das wollte ich auch von ihm wissen. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht. Hören wir mal, was er darauf antwortet. Yes, the house in my novel Lake Life is actually a composite of two houses. Growing up in the American state of Georgia, as a child, my family vacationed north to the state, North Carolina, and we would stay in a friend's house on Lake Toxoway. The novel is set on Lake Christopher, but Lake Christopher is really Lake Toxoway, North Carolina. If you know that area in the Highlands, Cashiers, Rivard area, that is the lake I modeled Lake Christopher on. It's also a composite of the lake my parents later owned. When I was an adult, they owned a house on Lake Oconee in middle Georgia, very close to Andalusia, Flannery O'Connor's childhood home. And that house was much more like the house in Lake Life. It was a converted double-wide trailer, a kind of shabby old house that had fallen somewhat into disrepair, but a house we had a lot of love for all the same. Also, es sind zwei Häuser aus seiner Kindheit im Urlaub in den Highlands von North Carolina und später hatten dann seine Eltern noch ein anderes in Georgia. Und aus den beiden hat David James das Romanhaus konstruiert. Da im Buch die Anspannung zwischen den Familienmitgliedern immer größer und komplizierter wird, wollte ich noch von ihm wissen, wie er sich denn sein ideales Abendessen im Familienkreis vorstellt. For me, the ideal family dinner is really simple. It would be a meal that everyone enjoyed, but more important than the food, it would be a meal at which everyone was equally interested in the thoughts, the lives, the days of the others. where everyone got equal time to share their thoughts and hopes and dreams and questions, where everyone would be listening actively and hearing one another and caring what the other people at the table had to say, where no one was the star or the center of attention, but where everyone could share and learn from one another. Ja, alle hören zu, man lernt und teilt und ist interessiert. Keiner dominiert das Gespräch. Und genauso versucht es der Autor David James auch daheim mit seiner Familie. So viel zum Sommerhaus am See. Tatsächlich vom Sommerhaus kommen wir zu Sommernächten. Es ist leider vor einiger Zeit eine Nachricht, die mich ja ein bisschen, bisschen getroffen hat, obwohl ich mit ihm so außerhalb seiner Bücher gar nichts zu tun hatte, die mich sehr getroffen hat, war der Tod des schottischen Autoren John Burns. Er ist am 29. Mai 2024 nach kurzer Krankheit gestorben. Er war 69 Jahre alt, kann man sagen, ist ja auch schon ein Alter. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es ja heute auch gar kein Alter, immer noch viel zu früh. Er hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben und für mich war das jetzt nochmal wirklich der Anlass, vielleicht zur Sommerfolge mich ein bisschen zu verabschieden, mich nochmal ein bisschen mit seinem Werk zu beschäftigen. Vielleicht hatte ich auch jemand von euch im Sommer Zeit und Lust, sich dem zu widmen, anspruchsvolle, empathische, finde ich sehr vielfältige, äußerst kritische und ebenso liebevolle Literatur über uns Menschen. Bei mir hatte das damals angefangen, das Interesse an ihm mit Das Haus der Stummen. Das ist ein Roman über einen Mann, der seiner Neugier und seinen Forschungsdrang alles unterordnet, inklusive menschlichen Grundrechten. Das ist eine aus meiner Sicht schon dem Horror nahe beängstigende Analyse eines psychopathischen Geistes. Auch Glister über das Verschwinden kleiner Jungen in einer englischen Kleinstadt, sehr bedrückend, düster, melancholisch. Günther, hast du von ihm, was hast du von ihm schon gelesen, John Burnside? Ich kann dir jetzt die Titel gar nicht sagen. Es waren auch nicht so viele zwei, drei. Und immer war ich beeindruckt, ja genau das, was du beschrieben hast, dass er sehr nah bei seinen Figuren ist, dass ich das Gefühl habe, er fängt so das Leben in seiner Vielfältigkeit, in seiner Widersprüchlichkeit ein. Also ich halte ihn für einen ganz Großen und es ist tragisch, dass ich jetzt wirklich aus Anlass seines Todes mir vornehme, endlich auch noch mehr zu lesen. Ja, weil er kann auch mehr. Also er hat ja zum Beispiel auch ein Gedichtband geschrieben, der heißt Natur. Da versammelt er Lyrik drin. Also er hat von anderen, aber auch von sich selbst Lyrik versammelt, die die Schönheit und Kraft eben der Natur darzeigt und uns vermitteln soll, wie schützenswert sie ist. Er hat in den letzten Jahren auch immer mehr Positives geschrieben, zum Beispiel die Bücher über Liebe und Magie. What Light There Is über die Schönheit des Moments und so etwas wie Glückgeschichten über die Liebe. Also er kann tatsächlich, er hat ein wahnsinnig breites Spektrum und mich hat aber trotzdem irgendwie immer seinen Blick in die Schatten am meisten begeistert. Und deswegen habe ich gedacht, so für diejenigen, die auch im Sommer Lust auf ein bisschen Spannung haben, sein Roman In hellen Sommernächten. 60 Sekunden Long Story Short In hellen Sommernächten von John Burnside, übersetzt von Bernhard Robben, erschien 2018 im Penguin Verlag auf 384 Seiten. Liv lebt in einem kleinen Dorf in Norwegen nahe des Polarkreises. Hier sind die Berge hoch, die Nächte kalt, das Wasser tief und dunkel. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters, einem sehr angesehenen Historiker, der sich intensiv mit lokalen Legenden und Mythen beschäftigte, beginnt Liv, sich mit ihrer Vergangenheit und den dunklen Geheimnissen ihres Heimatdorfes auseinanderzusetzen. Sie wird von mysteriösen Visionen und Träumen geplagt, die sie tiefer in die Geheimnisse der Dorfgemeinschaft und in die Geschichte einer Frau namens Maya führen, die vor vielen Jahren auf mysteriöse Weise verschwand. Und die am Tod mehrerer Männer schuld sein soll, die aus unklaren Gründen ertrunken sind. Livs Reise ist einerseits eine Suche nach Identität und Verständnis in einer Welt, die von unerklärlichen Phänomenen und alten Mythen geprägt ist, andererseits eben auch nach sich selbst und nach dem Ursprung dessen, was so viele Menschen das Leben gekostet hat. Bönserts Fähigkeit, die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen zu lassen und ebenso die zwischen den Genres, denn es ist kein wirklicher Krimi, keine Fantasy, sondern eher düster spannende Literatur inklusive Nature Writing, schafft hier eine einzigartige und fesselnde Leseerfahrung. In hellen Sommernächten ist ein Buch, das durch seine poetische Sprache, tiefgründige Charaktere und die eindringliche Erzählweise besticht. Ein Muss für Liebhaber von Literatur, die sowohl das Geheimnisvolle als auch das Menschliche erforscht. Oh Carla, wenn du das jetzt so vorstellst nochmal, dann denke ich mir ja, ich muss es unbedingt lesen. Vielen, vielen Dank, dass du uns nochmal erinnerst an das große Werk von John Burnside. Du hast gerade auch von dem Menschlichen gesprochen, das er erforscht. Das macht auch der junge deutsche Autor meines nächsten Tipps. Das ist ein Sachbuch. Mit Nachsicht heißt es, erschienen bei Kösel und geschrieben hat es Sina Hagiri. Die meisten Menschen sind rücksichtslos und egoistisch. Das wird zumindest immer wieder behauptet. Aber stimmt es denn? Der Münchner Psychotherapeut Sina Hagiri zeigt, dass die negative Sicht falsch ist und fatale Folgen hat. Viel wichtiger noch, er ermuntert und ermutigt uns, das Gute in anderen zu sehen. Denn Nachsicht, Rücksicht und Freundlichkeit machen das Leben leichter. Außerdem sind sie ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche, wie oft gemutmaßt wird. Sina Hagiri führt langsam an sein Kernthema heran. Er erzählt aus seiner Praxis, zum Beispiel von der Übung, die er gerne mit Klientinnen macht, die von der Rücksichtslosigkeit ihrer Mitmenschen überzeugt sind. Der Psychotherapeut geht mit ihnen an öffentliche Plätze und bittet sie, andere zu beobachten. Deren positives und negatives Verhalten sollen sie notieren. Und tatsächlich passiert immer viel mehr Gutes, als die Teilnehmenden vorher glaubten. Für das Narrativ des grundsätzlich bösen Menschen gibt es viele Gründe, zeigt Hagiri. Den evolutionären Überlebens- und Abwehrinstinkt bei negativen Nachrichten, aber auch ganz aktuell einseitige Darstellungen in Medien, auf Social Media und sogar in wissenschaftlichen Publikationen. Also raus aus dem Teufelskreis von Wettbewerb, Neid, Konkurrenz und Vorurteilen. Besser über uns und andere zu denken, zahlt sich aus. Ganz individuell und für die Gesellschaft. Das ist wirklich ein Buch für mich. Sehr gut, sehr guter Tipp. Ich glaube, tut uns allen gut, weil manchmal ja auch begründet, wir aus, sagen wir mal, wenn wir die Multikrisen der Welt betrachten, dann doch, und das stellen wir ja oft fest, immer eher davon ausgehen, sozusagen es passiert so viel Schlechtes und der Mensch an sich ist vielleicht schlecht. Dass insgesamt eigentlich auch sehr viel Gutes passiert, das wissen wir, eher, dass die Menschen auch gut sind, dafür ist das vielleicht das richtige Buch. Also ist das tatsächlich eher sozusagen was für den privaten Menschen oder für, ich sage jetzt mal Fachpersonal, also Infotainment, eher locker, eher sachlich? Gibt es auch Studien dabei? Kannst du vielleicht darauf noch ein bisschen eingehen? Es ist auf jeden Fall populärwissenschaftlich, also kein Sachbuch. Aber, was mir unglaublich gut gefallen hat, dass er nicht so dieses super locker sein wollen, so auf do und hey und hip macht, sondern er ist wirklich fachlich, sprachlich dezent, aber ohne langweilig zu sein, fundiert, erklärend, sympathisch, er gibt konkrete Tipps. Also ich fand das eine unglaublich gute Mischung, die ich so in dieser Form noch nicht gelesen habe und es ist die ideale Ergänzung. Carla, genau, du bist ja auch Fan von Rutger Bregmann und seinem Klassiker im Grunde gut und daran schließt dieses Buch eigentlich an. Ach ja, ich mag das wirklich und gerade das Thema Nachsicht ist ganz gut, weil damit habe ich mich zum Beispiel noch nicht so sehr beschäftigt und merke aber immer, dass, also bei mir ist es vielleicht sogar andersrum, ich bin mit anderen viel nachsichtiger als mit mir selbst. Von daher wäre das für mich eher mal eine gute Übung, nicht nur auf andere zu gucken, sondern auch auf mich. Ist da auch was drin? Ja, aber der Blickwinkel zieht sich hauptsächlich auf, auf die anderen. Also das, was du sagst, klar, ist natürlich auch total wichtig für jede und jeden von uns, aber das Buch geht eher in die andere Richtung, weil wir ja doch die anderen meistens kritischer sehen. Aber klar, wichtiger Aspekt, den du auch genannt hast. Und damit vielleicht eben auch nicht nur ein schönes Geschenk, auch für andere, sondern auch für sich selbst mit Nachsicht, heißt der Buchtipp von Günther. Wir hatten schon Romane, wir hatten jetzt ein Sachbuch und jetzt von mir ein Hörbuch-Tipp. 60 Sekunden, long story short. Der Wind kennt meine Namen von Isabel Allende, Übersetzung von Svenja Becker, erschienen im April 2024 als gebundene Ausgabe im Surkamp Verlag und jetzt von mir vorgestellt als Hörbuchausgabe von der Hörverlag, gesprochen von Eva Mattes und Laura Meire. Als im November 1938 die Nationalsozialisten in Wien die Geschäfte und Häuser jüdischer Mitmenschen angreifen, die Scheiben einschlagen, Türen eintreten und Bedrohung schlagen, töten, da ist auch die Familie Adler unter den Opfern. Der Vater, Dr. Rudolf Adler, wird angegriffen und ins KZ gebracht. Bevor seine Frau Rachel entfolgen muss, schickt sie in der Not ihren sechsjährigen Sohn Samuel nach England. 1981 lernen wir in El Salvador die junge Letizia kennen, die ebenfalls in Lebensgefahr schwebt. Sie überlebt mit ihrem Vater das Massaker von El Muzote und sie fliehen in die USA. Dann, fast in der Gegenwart, 2019, wird die siebenjährige Anita Diaz in den USA von ihrer Mutter getrennt, als diese versucht, vor der Gewalt in El Salvador zu fliehen. Die Geschichten der drei Kinder sind durch ihre gemeinsame Erfahrung von Verlust und Entwurzelung miteinander verbunden und wir erleben ihren Versuch, in einer von Brutalität und Willkür geprägten Welt Zuflucht und Zugehörigkeit zu finden. Allende verwebt geschickt grausame historische Fakten mit fiktiven Elementen und schafft so eine eindringliche Erzählung über Überleben, Widerstand und die Macht der Hoffnung, die leider heute wieder aktueller ist denn je. Als Hörbuch besonders eindrücklich interpretiert von Eva Mattes als allgemeine Sprecherin und Laura Meire als Stimme der Kinder. Der Wind kennt meinen Namen, ist nicht nur eine Geschichte über Flucht und Trauma, sondern auch über die Stärke des menschlichen Geistes und vor allen Dingen die Bedeutung von Mitgefühl und Solidarität. Ein großes Buch, das wirklich den großen Bogen aufmacht, kann ich mir auch als Hörbuch sehr gut vorstellen. Carla, du hast ja auch einen Ausschnitt mitgebracht, aber vielleicht noch vorher, wie lange dauert diese Lesung? Sehr gut, da spricht natürlich der Experte, weil die meisten Hörbuchfans werden gleich fragen, gekürzte oder ungekürzte Lesung. Es ist in diesem Fall tatsächlich die ungekürzte Lesung und sie dauert neun Stunden und 14 Minuten. Das heißt, sagen wir mal, eine Hin- und Rückfahrt zu einem Urlaubsziel, je nachdem wie fern es ist, kriegt man vielleicht damit ganz gut hin. Man muss nur aufpassen, mir geht es immer so, diese sehr beruhigende Stimme von Eva Mattes. Und zwar nicht im langweiligen Sinne, sondern einfach in einem guten Sinne, dass du irgendwann so nach, weiß ich nicht, nach den ersten fünf Tracks habe ich nur noch die Handlung vor mir. Das wäre mir vielleicht für lange Autobahnfahrten zu gefährlich, spricht aber aus meiner Sicht fürs Hörbuch. Dann bin ich jetzt natürlich umso mehr gespannt. Hören wir mal rein. Peter Steiner hatte seinen Freund ins Hinterzimmer der Apotheke gebeten, wo die am Vorabend begonnene Schachpartie und die halbgeleerte Flasche Brandy auf sie warteten. Die bekannte steinersche Apotheke befand sich seit 1830, den Zeiten des Urgroßvaters, im Familienbesitz und jede Generation hatte sie bestmöglich zu erhalten versucht. Die eingebauten Schränke und Verkaufstische aus Mahagoni waren noch tadellos, ebenso die aus Frankreich stammenden Bronzemörser und ein Dutzend alter Kristallflakons, um die sich schon mehr als ein Sammler bemüht hatte und die laut ihrem Besitzer ein Vermögen wert waren. Die Schaufenster zur Straße waren mit bunten Blumengirlanden gerahmt, der Fußboden aus portugiesischen Kacheln nach über einem Jahrhundert leicht abgetreten und eine Traube silberner Glöckchen über der Tür machte auf neue Kunden aufmerksam. Die steinersche Apotheke war malerisch und wurde von Touristen besucht, seit mehrere Zeitungsartikel und Fotos in einem Bildband sie zu einer Sehenswürdigkeit der Stadt gemacht hatten. Peter Steiner wunderte sich, dass sein Freund Rudolf unter der Woche so früh bei ihm vorbeikam. »Ist etwas mit dir?«, fragte er. »Ich weiß nicht, ich bekomme keine Luft. Es muss das Herz sein. Na, sicher nicht, dafür bist du noch zu jung. Das sind die Nerven. Du hast zu viel Druck. Da, trink, der hilft gegen alles,« sagte Peter und schenkte ihm einen doppelten Brandy ein. »Uns wird das Leben in diesem Land unmöglich gemacht, Peter. Die Nazis belagern uns. Sie ziehen die Schlinge immer enger. Wir dürfen viele Restaurants und Geschäfte nicht mehr betreten, unsere Kinder nicht mit Nichtjuden in die Schule gehen, in öffentlichen Ämtern verlieren alle Juden ihre Anstellung. Unsere Geschäfte und unser Vermögen werden beschlagnahmt. Wir dürfen unsere Berufe nicht mehr ausüben und keine Nichtjuden mehr lieben. Auf Dauer kann das ja nicht so bleiben. Bestimmt wird es bald wieder besser,« sagte Peter, klang aber wenig überzeugt. »Schön wär's. Es wird alles immer schlimmer. Man braucht Scheuklappen, um sich einzureden, wir Juden könnten noch ein halbwegs normales Leben führen. Die Gewalt ist überall. Jeden Tag gibt es neue Erlässe. Mir tut das so leid. Kann ich denn irgendwas für dich tun? Du hast schon so viel für mich getan. Aber auch du kannst mich nicht beschützen. Für die Nazis sind wir ein Krebsgeschwür, das sie rausschneiden müssen aus ihrem Volkskörper. Meine Familie lebt seit sechs Generationen hier. Die Demütigungen hören nicht auf. Was nehmen sie uns als nächstes? Das Leben. Mehr bleibt uns bald nicht mehr. Ein Ausschnitt aus Carlas Hörbuch »Tipp« »Der Wind kennt meinen Namen« von Isabel Allende. Im Gegensatz zu den Figuren im Buch und im Hörbuch wissen wir natürlich, wie es ausgegangen ist. Das heißt also, Carla, man kann schon sagen, die Handlung ist leider aktueller denn je. Ja, definitiv. Also Isabel Allende ist ja dafür bekannt, dass sie tatsächlich ihre Romane auf sehr politischen Boden stellt und das immer mit einer gewissen Botschaft verknüpft. So ist es auch hier. Also tatsächlich, die drei Kinder sollen schon zeigen, dass es sozusagen in den vergangenen 100 Jahren immer wieder sehr grausame, von Menschen gemachte Ereignisse gab und sehr viele Menschen darunter leiden mussten. Und wie diese Menschen sozusagen versuchen wieder, diese Kinder versuchen, einen Neuanfang zu finden. Das macht sie, finde ich, weiterhin, das ja schon seit vielen Jahren in ihren Romanen immer eine sehr gute Mischung, also es fällt mir schwer, irgendwie zu sagen, eine Mischung zwischen Unterhaltung und Politik, weil eigentlich sollte man mit solchen Themen nicht unterhalten. Aber ich glaube, es hilft schon, dass uns die Charaktere, die Schicksale damit näher kommen. Zuletzt hatte sie das hier natürlich mit den Geflüchteten in den USA. Wir erinnern uns vielleicht an dieses Bild von den kleinen Kindern in den Käfigen. Das spielt auch im Buch eine Rolle. Von daher, ja, es ist aktueller denn je. Und wir können natürlich beide auch nicht aufhören zu sagen, es liegt in unserer aller Hand immer etwas dagegen zu tun. Also es ist nicht, das passiert einem nicht passiv, sondern wir Menschen sind dafür verantwortlich. Und daran erinnert sie auch. Aber auch wenn es hier natürlich kein Happy End geben kann, so zündet sie doch, finde ich, sehr viele helle Lichter an. Also Menschen, die anderen in all dieser Brutalität helfen und ihnen dann Schutz und Neuanfang bieten. Und das ist ja die Botschaft, die sie auch zeigen möchte, sei dieser Mensch. Und genau, von daher, finde ich, trotz allem hat es einen gewissen positiven Ausgang. Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das die ganze Bandbreite zeigt. Wir haben noch zwei weitere Buchtipps in dieser Urlaubsfolge. Wir wollen ja euch so ein bisschen noch extra geben zu den sonst üblichen vier pro Folge. Und ich mache mal weiter mit 60 Sekunden Long Story Short für Brown Girls von Daphne Palassi-Andridaidis, übersetzt von Cornelius Reiber, erschienen bei Luchterhand. Sie heißen Tasnim, Glory, Beatrice, Ashley, Kendra, Tsang, Danielle oder Aisal. Sie nennen sich Brown Girls, denn ihre Eltern oder Großeltern kamen aus Indien, Haiti, Panama oder China nach New York, wo sie im miesen Teil von Queens leben. Doch diese Mädchen sind ehrgeiziger, integrierter, mutiger und selbstbestimmter als ihre Verwandten. Sie wollen es besser machen und besser haben als ihre Eltern und trotzdem stolpern sie immer wieder über die Migrationsgeschichten ihrer Familien, die manchmal überhaupt nicht zur amerikanischen Kultur zu passen scheinen. Daphne Palassi-Andridaidis schreibt in einer faszinierenden Wir-Form. Sie erzählt also direkt aus den Herzen der Brown Girls im Plural und so zeichnet sie ein kollektives Porträt. Von der Kindheit bis zum Tod, vom Schminken, Shoppen, Rumhängen und Flirten bis zum Studieren, Karrieremachen, Heiraten und Scheitern. In ihrem Debüt porträtiert die Autorin ihre Protagonistinnen in allen Facetten. Mal sind die Brown Girls selbstbewusst und laut, dann wieder unsicher und leise, mal frustriert oder voller Lebensfreude. Wir sind die guten Einwanderertöchter, die ach so hart Arbeitenden, die Musterbeispiele des amerikanischen Traums, rufen sie. Und als sie dann Erfolg haben, stellen sie erschrocken fest, alle um sie herum sind weiß. Ein schneller, wacher, stilsicherer Roman um Identitäten, Erwartungen, Anpassung und Abnabelung. Daphne rast auf nur 240 Seiten durchs Leben der Brown Girls und klingt dabei wie ein Mix aus Poetry Slam, Hip-Hop-Song, Sozialstudie oder vielleicht sogar nach der Hymne einer ganzen Generation. Das klingt sehr begeistert und ich finde es spannend, du wirst es gleich sehen, dann auch mit meinem Buch, dass wir offensichtlich unabsichtlich ähnliche Titel herausgesucht haben oder uns davon haben begeistern lassen, was mich sehr freut. Woran lag es denn jetzt in deinem Fall hier genau? Am Sprachkonzept, an der Wir-Form, an der Zusammenstellung der Charaktere? Alles und das fand ich das Tolle daran. Am Anfang habe ich auch so gedacht, okay, das ist vielleicht dann zu sehr in eine Richtung gedreht oder basiert eben nur auf diesem Kollektiven, diesem Wir-Gefühl. Nee, aber ich fand es dann auch inhaltlich sogar immer noch interessanter. Dann hat es auch so ein bisschen selbstironische Anklänge, gesellschaftspolitische. Ich finde, es ist großartig. Und wie ich gesagt habe, nur 240 Seiten und dafür zeigt sie wirklich sehr, sehr viel sprachlich, inhaltlich, gesellschaftspolitisch. Also ich bin wirklich begeistert. Was mich aber auch sehr freut, ich weiß gar nicht, ob, vielleicht mache ich mir da auch zu viel Gedanken. Es ist jetzt ein Roman geschrieben von einer Frau über vier, fünf? Eigentlich noch mehr. Also sie erwähnt namentlich mindestens 20 Mädchen in diesem Roman. Später sind es ja dann auch Frauen. Also ich hatte das Gefühl, sie will von Anfang an eigentlich alle, sie will die ganze Generation oder die ganze soziale Gruppe damit nennen. Über ganz viele Frauen auf dem Cover, ich habe auch schon geguckt, ist ja ein fantastisches Cover, auch mit den Frauen vorne drauf. Dass du jetzt dazu gegriffen hast, ist das für dich einfach schon selbstverständlich, dass du sagst, klar, mache ich mir keine Gedanken mehr? Also war es tatsächlich absichtlich, dass du gesagt hast, nee, ich will jetzt aus meiner Blase herauslesen sozusagen? Oder hast du dir gar keine Gedanken gemacht, für dich ist das schon selbstverständlich? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ein Großteil der männlichen Lesenden zu diesem Buch nicht gegriffen hätten. Für mich ist es inzwischen selbstverständlich, absolut. Also Carla, du weißt ja, du hast mich dazu erzogen. Und nee, also da kommt vieles zusammen. Es ist wirklich selbstverständlich. Ich will vor allem von jungen AutorInnen Dinge lesen. Das ist ein Debüt. Ich fand das Cover toll gemacht. Ich mag den Luchterhand Verlag. Da kann man sich eigentlich immer auf die Qualität verlassen. Und so kommt alles zusammen. Dem kann ich nicht nur zustimmen, sondern ich möchte mich auch anschließen, das gilt für den BTB-Verlag, mit meinem Buch. Und wir finden, wie gesagt, einige Ähnlichkeiten. 60 Sekunden Long Story Short. Marmel von Jessica George. Im Mai 2024 als Klappenbroschur im BTB-Verlag erschien. Übersetzt von Stephanie Retterbusch auf 480 Seiten. Maddie Wright ist 25 Jahre alt. Sie lebt in London. Ihr Spitzname ist Mame, was so viel wie Mutter bedeutet. Und die Last der Verantwortung reflektiert, die sie von klein auftragen musste. Seit Jahren kümmert sie sich liebevoll um ihren an Parkinson erkrankten Vater. Hat einen eher mäßig zufriedenstellenden Job und richtet ihr Leben eigentlich komplett auf die Bedürfnisse der anderen aus. Aber schon lange ist ihr klar, das geht so nicht mehr. Sie will mehr. Und als ihre Mutter endlich aus Ghana zurückkehrt, da ergreift sie die Chance und verändert alles. Jessica George zeichnet hier in ihrem autobiografischen Coming-of-Age-Roman ein sehr feinfühliges und ebenso unterhaltsames Porträt einer jungen Frau, die nach ihrer Identität sucht und dabei mit den Herausforderungen von Rassismus, familiärm Druck und sehr vielen persönlichen Unsicherheiten kämpft. Durch die Ich-Perspektive, die sehr nahbare und schnelle Erzählweise und die Einbindung von Chatverläufen und Webseiteneinträgen fühlt man sich sehr, sehr schnell mit dem Leben von Maddie verbunden. Dazu kommt die spannende, authentische Darstellung des Lebens einer jungen Frau, die zwischen zwei Kulturen, mehreren Generationen und all den aktuellen Herausforderungen der Gegenwart aufwächst. Mame ist ein kraftvolles und inspirierendes Jugendbuch über Familie, über Selbstfindung und die Stärke, die in jedem von uns steckt. Ich freue mich wirklich, Carla, dass du es rausgesucht hast, weil das Buch lag wochenlang immer bei mir so auf einem der Stapel und die Figur, die Illustration vorne drauf, das soll ja wahrscheinlich Mame sein, denke ich mir, die hat mich immer so angelächelt und hat gesagt, Günther, hallo, lies mich mal, aber irgendwie habe ich es nie geschafft. Okay, Günther, lies das mal und nicht nur, nicht nur Günther. Ich stelle ja gar nicht so oft Jugendbücher vor und auch vieles aus dem Coming-of-Age-Bereich spricht mich nicht an. Das ist mir oft zu emotional. Da bin ich einfach nicht mehr nah genug dran, auch wenn das für die Zielgruppe super ist. Ich kann es auch gar nicht so genau sagen. Es ist wie du, also das Cover praktisch hat mich auch, ich habe gedacht, ach, irgendwas daran, ich lese einfach mal rein. Und ihr werdet es merken, geht in die Buchhandlung, lest mal so die ersten 10, 15 Seiten. Und wenn es euch dann packt, so dann gleich mitnehmen und irgendwo ins Café setzen, dann bleibt man auch dran. Es ist tatsächlich, hat für mich sehr schnell dieses Netflix-Gefühl irgendwie gehabt. Also wenn man, es gibt ja ganz, ganz tolle Jugendserien inzwischen auch auf Netflix, die sehr schnell sind, flirty sind, die trotzdem ernste Thematiken besprechen. Genau dieses Gefühl hatte ich da auch. Und ich habe es wahnsinnig gern gelesen, obwohl es ja mit fast 500 Seiten auch wirklich nicht ohne ist. Sehr leicht lesbar, tolle Sommerlektüre, einfach geschrieben, aber ich finde keine einfache Lektüre. Und für mich auch, muss ich sagen, es ist immer wieder deutlich spannender zu lesen, mal außerhalb meiner weißen, westlichen und sehr privilegierten Erfahrungen. Und da habe ich hier auch noch mal viel gelernt, aber auch sehr, sehr viel gelacht. Klingt sehr gut, diese Mischung. Also Carla sorgt für Netflix-Gefühl mit Mame von Jessica George. Das waren unsere sechs Urlaubstipps. Ich habe so das Gefühl, Carla, wir hatten wirklich jetzt so den Bogen, oder? Unterhaltung, Anspruch, irgendwie alles dabei, andere Lebenswelten. Nachsicht war ganz viel drin. Es waren die Schattenseiten drin, es war das Helle drin. Es war ein Hörbuch drin, ein Sachbuch drin. Also ganz, ganz viel, aber vielleicht nicht genug. Wenn für euch nicht genug ihr wisst, dann erreicht ihr uns auch über die sozialen Kanäle, weil wir gehen jetzt zwei, drei Tränen in eine Sommerpause. Günter, wann sind wir wieder da? Kann das denn wahr sein, dass wir jetzt wirklich Schluss machen? Also zumindest für ein paar Wochen. Wir machen eine Beziehungspause, eine Podcast-Pause. Genau, muss einfach auch mal sein. Wir sind Anfang September wieder für euch da. Bis dahin werden wir natürlich lesen ohne Ende und haben dann wieder viele, viele Tipps. Darauf freuen wir uns. Und ich freue mich tatsächlich auch, so ein bisschen Raum noch mal zu haben, wieder für die Herbsttitel und für Sichten. Und ihr habt dafür hoffentlich vielleicht ein bisschen mehr Zeit für all die Lektüre, die wir euch hier regelmäßig vorstellen. Und wenn ihr noch mehr zu den heute besprochenen Büchern wissen wollt, dann na klar, findet ihr die Infos wie immer in unseren Shownotes sowie natürlich auf longstoryshort-podcast.de. Und auch in der Sommerhitze weisen wir darauf hin, zu Risiken und Nebenwirkungen, lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort. Wollt ihr uns vielleicht vor der Sommerpause noch ein kleines Geschenk machen, dann gebt uns doch Sternchen oder schreibt uns eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform der Wahl. Und wie gesagt, wenn was ist oder ihr unseren Podcast weitersagen wollt, dann sehr, sehr gerne auch auf den sozialen Kanälen, auf Instagram, auf Threads, auf LinkedIn, wo auch immer. Wir freuen uns, markiert uns gerne. Und vielen, vielen Dank an alle, die das regelmäßig tun. Jetzt haben wir das so schön auf Sommer gedreht, jetzt war das der Beweis, dass das nicht vorproduziert ist. Sehr schön. Aber der letzte Satz, der ist immer ähnlich. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!